Es wurde vorgeschlagen, dass ich eine Umfrage mache, was ich machen soll. Äh, gut, das mache ich jetzt auch mal. Umfrage, was soll ich machen? Ähm, ja, bis neue Let's Play Videos kommen. Das neue Livecam-Dashboard neu zu öffnen, klicken Sie ja auf das Livecam-Symbol. Warum soll ich das öffnen wollen? Egal, äh, was wird der jetzt nichts von mir sehen? Ähm, Bockteil dauert noch ewig, weil ich den ganzen Spielstand nochmal neu spielen muss. Äh, den Rest könnte ich schnell nachspielen, aber ich habe keine Lust dazu. Ähm, ich bekomme bei den Dreamcast, ähm, ich habe ja schon gehört, dass ihr die 3D-Stonics besser findet. Also mal sehen. Ähm, gut, was soll ich als nächstes machen? Ich muss ja nicht mal irgendwas mit Let's Play zu tun haben, ich kann auch irgendwas anderes machen. Egal, es liegt jetzt bei euch, schreibt, was ihr wollt, bis zum nächsten Mal.